einen wunderschönen guten morgen zusammen hallo herzlich willkommen zum aktien-wound-topp hallo tom halli hallo endlich wieder da ich freue mich wir werden uns heute dem wertvollsten unternehmen der welt wird man dem wieder wertvollsten unternehmen der welt muss man an der stelle sagen also wir werden uns apple angucken nicht in weniger für alle die die letzten tage vielleicht nicht ganz so stark auf die märkte geguckt haben oder sich geduckt haben oder die augen zugemacht haben apple ist das wertvollste unternehmen der welt in wieder deutlich an marktkapitalisierung in den letzten jahr tagen wochen verloren nichtsdestotrotz natürlich alle auf weiteren hohen niveaus und wir werden uns heute einmal apple anschauen denn das war ja lange zeit so die aktie denen natürlich viel besprochen wurde die immer wieder im fokus war aber es war insbesondere auch die aktie die in den letzten ja monaten oder vielleicht zur film letzten jahr so ein bisschen hinterher gehangen hat von den großen tag titeln über die man so gesprochen hat weil es darum ging ja was macht apple eigentlich werden microsoft neue chips mit open ai entwickelt oder ki tools entwickelt in video entwickelt neue chips wir haben tesla die immer wieder hoch und runter rasen meter die neue kunden holen und viel wachstum verzeichnet haben aber was ist eigentlich mit apple da gibt es kaum news denn eigentlich hat jeder glaube ich andere große tag titel zumindest ja 100 bis 100 mal in jedem seiner konferenzen darüber gesprochen apple war es relativ lange relativ ruhig dann gab es ja die große ankündigung im juni dass man auch in das thema einsteigt und wir wollen uns natürlich diesem thema auch widmen vorher aber so ein bisschen apple ganz generell noch mal anschauen denn tom hat es heute so schön gesagt apple ist allgegenwärtig und man denkt immer man weiß alles über diese aktie aber die bringen gar nicht so viel nach außen die sind relativ verschlossen muss man sagen ja also besonders wenn man sich überlegt das ist ja jetzt momentan wieder das weltweit wertvollste unternehmen ist und sich dann überlegt wie wenig man tatsächlich weiß man kennt natürlich jeder kennt das iphone jeder kennt die mags jeder kennt ja das unternehmen und jeder kennt die app stores oder die die apple stores sind es ja dann tatsächlich die flagship stores aber was genau das unternehmen macht und was dahinter steckt hinter tim cook das weiß irgendwie keiner so richtig genau wollen wir mal wollen wir rein starten genau gegründet wurde das unternehmen ob wir da rein fangen du erstmal weißt auch bevor wir reinschauen ein blick auf den chart und bevor wir das nämlich uns einmal angucken wurde das unternehmen herkommt und 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 sieht man obwohl viele sagen ja in den letzten wie sagt jahr monaten hier ist nicht so viel passiert sieht man doch das natürlich seit dem corona tief muss man ja in anführungszeichen sagen die aktie noch mal deutlich deutlich geschieden ist sich quasi vervier bis verfünffacht hat also auch danach einen sehr sehr schönen lauf hingelegt hat man muss ja sagen dieser dieses thema jeder brauchte mal wieder ein neues laptop ein neues handy das war in der corona zeit doch relativ präsent und apple ist halt danach nicht wirklich wieder abgestürzt sondern hat sich auf hohen niveaus eigentlich gehalten hier unten hinten sieht man an diesen ausbruch nach dem nach dem vorstellung des des themas wir werden uns das gesagt ein bisschen genauer angucken aber jetzt tom einmal der blick auf die industrie genau erst mal erst mal jetzt der blick auf die industrie werden das ja eben schon gesprochen das eigene besprochen das iphone kennt tatsächlich jeder und es ist wie wir gleich noch sehen werden immer noch das oder ja einfach dass das hauptprodukt des unternehmens es hängt sehr viel daran das heißt wir sind mit dem unternehmen im smartphone markt unterwegs das heißt im mobiltelefon markt und man sieht hier ganz schön die aufteilung zwischen android ios und anderen das sind die betriebssysteme und das ios betriebssystem gehört zu apple und wir sehen da dass apple einen beachtlichen anteil des marktes für sich beanspruchen kann einen markt der mit knapp sechs prozent wächst und knapp eine billion deutsche billionen us-dollar groß ist ja also wir sehen natürlich es ist bekannt dass apple glaube ich bekannt ist für seine iphones es ist der größte markt und viele die auch sonst keine apple produkte haben haben trotz dessen ein iphone und man muss sagen das ist auch so das kernprodukt von von apple und damit sind sie so richtig groß geworden kann man sagen sie sind damit nicht an den start gegangen sie haben ursprünglich angefangen mit den klassischen computern personal pcs wie wir sie kennen was wir aber sehr sehr schön sehen können das hat der markt an sich immer noch weiter wächst und ich habe das an vielen werkstätten und an vielen aktienterminen ja auch immer mal wieder gesagt es ist einfach so beeindruckend weil das ein markt ist halt wirklich wirklich global ist also wir reden ja oftmals von globalen märkten und reden viel über die usa über europa auch über asien aber auch der smartphone markt ist global also es ist tatsächlich so dass es in afrika zum beispiel viele viele menschen gibt die keinen pc haben die gar keinen wlan haben die jetzt nicht zu hause von ihren schreibtischen setzen sondern viele die wirklich nur ihr handy haben und über ihr handy alles machen über ihr handy alles nutzen das sind nicht immer iphones aber es sind trotzdem auch zum teil iphones und es ist halt wirklich ein globaler großer markt und man sieht es hat auch markt der weiter wächst und wenn wir so ein bisschen in die industrie rein schauen dann sehen wir dass dieser markt natürlich auch sehr sehr umkämpft ist und das sieht man einmal hier in dieser aufteilung zwischen apple samsung schaumi oppo vivo huawei also das gehen wir so ein bisschen in die asiatische richtung die größten im markt sind natürlich immer apple und samsung huawei ist auch immer so wieder bekannt geworden auch schaumi ist immer wieder glaube ich sehr sehr stark in erscheinung getreten in den letzten ein zwei jahren und das sieht man so ein bisschen hier in ja in diesen verzeichnungen der markt ist segmentiert auch wenn es marktführer gibt aber wir sehen auch natürlich ja dass das ganze immer mal wieder wechselt also nicht immer ist apple der größte lieferer nicht immer samsung der größte lieferer was den smartphone markt betrifft sondern es wechselt sich dann doch immer mal wieder ab genau und das ist ja hier die grafik zeigt finde ich ganz schön wir haben ganz oben die shipment den shipment share das heißt tatsächlich die die stücke an mobiltelefonen die ausgeliefert werden und da sehen wir eine schöne abwechslung zwischen blau und schwarz zwischen samsung und apple samsung hat da die letzten wir sind hier 2000 letzten quartals 2019 bis 21 hat samsung eigentlich relativ viel die nase vorn wir hatten da ein quartal in der apple auch relativ in dem apple auch relativ stark war aber wenn wir mal ein stückchen weiter runter gehen auf den zweiten grafen da sehen wir die revenue share das heißt der umsatz der tatsächlich mit diesen geräten erzielt wird vom gesamtmarkt und da sehen wir hier auf der rechten seite ganz schön 25 prozentigen abstand von apple zu samsung das heißt es werden zwar teilweise weniger geräte von apple verkauft dafür wird mit denen aber ein höherer umsatz erzielt und was wir ganz unten noch mal sehen die operative marge ist noch mal höher 62 prozent höher als vom nächsten konkurrenzen samsung und man sieht hier auch ganz schön dass das geschäft mit mobiltelefon ein sehr profitables sein kann wie wir bei apple sehen wie wir auch gleich noch im snapshot sehen werden aber dass sich ein großteil des marktes tatsächlich in diesen relativ geringen margen widerspiegelt und die unter 20 prozent sind wir haben samsung die noch mal ein bisschen drüber sind aber die ganzen anderen anbieter besonders die asiatischen sind dann margentechnisch doch sehr schwach genau also man kann es hier also nicht falsch verstehen das liest man hier ungefähr so dass man wirklich sagt dass es gibt einen gesamtmarkt ein gesamtmarkt der aus all diesen share teilen besteht und in der dem fall ist es so dass 62 prozent des gesamten shares auf den gewinn von quasi apple zurückfallen dann gibt es halt noch einen knapp 20 prozentigen teil der auf samsung zurückfällt und der rest erzielt quasi kaum operative margen über den verkauf oder dieses betreiben dieses smartphone marktes was wir absetzt von diesen von den beiden großplayern sehen ist dass schaumi und huawei so ein bisschen die plätze getauscht haben sich gegenseitig eigentlich ja so viel konkurrenz gemacht haben dass schaumi mittlerweile so der dominante player im markt ist wenn wir jetzt aber weiter mal weggehen von diesem thema handys und wirklich apple uns etwas größer anschauen und noch mal anschauen wie ist es eigentlich dazu gekommen dass man diese gigantische marktkapitalisierung erreicht hat bei der wir heute sind dann sieht man dass das natürlich größtenteils am boost rund um das thema iphone liegt also man sieht hier mit beginn zu die große reise man sieht aber dass natürlich weitere produkte immer wieder zugekommen sind und die auch bei den apple jüngern oder generell den apple kunden sehr sehr gut ankommen und sehr sehr profitabel sind ja besonders wenn man hier tatsächlich sehen wir tatsächlich von 01 das heißt den beginn 2001 aber das unternehmen existiert ja tatsächlich schon ein bisschen länger das wurde ja 76 gegründet von jobs und bosniak damals und viele wissen es wahrscheinlich dass die jobs ausgestiegen ist oder aus wegen wurde ausgestiegen wurde sage ich mal aus dem unternehmen und dann 97 zurück kam und dann begangen 97 wie wir das jetzt hier auch so ein bisschen sehen so ein bisschen der die erfolgsschiene loszugehen mit dem launch des ipods 2001 mit dem launch des iphones damals auch noch unter steve jobs und mit der launch mit dem launch des ipads mit dem man quasi den personal computer so ein bisschen abgelöst hat und sehr schnell sehr weit vorgesprungen ist in dem mobiltelefon markt da hatten wir noch weitere innovationen ich glaube die apple watch war noch relativ groß das sind hat ja auch eine die airports die airports sind tatsächlich auch noch mal sehr revolutionär gewesen ein produkt was es ja eigentlich auch schon schon gab vorher bluetooth kopfhörer und wie viel apple produkt hast du wie viel apple produkte habe ich ich habe ich bin sehr niedrig 33 aber trotzdem sind es drei ich sag mir sagen drei bei nicht so vielen produkten die dies der markt anbietet kann man sagen wir werden gleich mal die umsatz aufteilung sehen ich habe auch drei apple produkte kann man so sagen was auch wahrscheinlich im verhältnis noch relativ wenig ist nichtsdestotrotz sieht man halt es gibt wenig produkte und diese wenigen produkte führen trotzdem zur deutlichen steigerung der marktkapitalisierung und sie sind auch sehr sehr profitabel und das vergisst man immer wieder bei apple viele sagen hat das unternehmen ist relativ langweilig weil es ist zwar so schön stark gestiegen aber es gibt jetzt nicht die innovation aber man vergisst dass apple extrem profitabel ist und das werden wir gleich noch mal sehen auch im kampf darum ja wo wir uns im rahmen der marktkapitalisierung befinden das hier ist meine alte grafik die hatte ich noch mal gezeigt zu dem thema ja jetzt ist in wieder das wertvollste unternehmen der welt wie verrückt ist das denn wenn man jetzt heute mal drauf schaut und das sieht man hier in dieser kann man ganz gut auf dieser internetzeit hier sehen wir sind natürlich zum einen die letzten tage die liefen nicht ganz so rund machen wir einfach mal die augen zu auf der anderen seite sehen wir aber ja dass apple doch wieder deutlich das wertvollste unternehmen der welt ist es wieder zurück erklommen ist hinter microsoft in wieder wie gesagt deutlich zurückgekommen die letzten wochen nichtsdestotrotz immer noch sehr sehr hohen niveaus wie gesagt all das meckern hier ist natürlich auf sehr sehr hohen niveaus gepreist was wir aber sehen können ist dass apple natürlich von diesen top unternehmen die hier zu sehen sind nehmen wir mal saudi aramco raus in der letzten zeit am wenigsten im rampenlicht stand und wir wollen das trotzdem noch mal anschauen denn eigentlich hat sich der apple umsatz und auch die profitabilität von apple auch in den letzten jahren sehr gut entwickelt und das sieht man hier noch mal in diesem geschäftsmodell von apple abgebildet also wir sehen einmal die größten umsatz treiber von apple selbst und wie sie sich so entwickelt haben und da sieht man so ein bisschen dass dieser sprung von 20 20 auf 20 21 primär zwar aus dem iphone markt kam aber auch in sich in den anderen bereichen wiedergefunden hat insbesondere im service bereich aber auch in diesem ja kopfhörer uhren bereich was wir aber deutlich sehen können ist dass es danach ja so ein bisschen stagniert hat also man geht jetzt hier nicht weiter weil es tatsächlich einmal anschaffungen sind eher also ein handy hat man doch meistens ein paar jahre die wenigsten kaufen sich glaube ich jedes jahr ein neues iphone gibt es zwar einige aber die wenigsten werden es dann doch tun also man sieht doch deutliche einmal effekte die es hätten der corona zeit gab wo viele noch mal ihr equipment geupgradet haben sowohl ja vielleicht mit einem macbook als auch ein iphone oder mal eine neue uhr also irgendwie den konsum ja sehr viel in gegenstände gemünzt haben ja was wir danach aber sehen ist dass insbesondere dieser iphone markt halt stagniert oder reicht leicht rückläufig noch ist und was wir trotzdem noch sehen und das ist der obere bereich tom und das ist der bereich der zuletzt auch immer weiter gewachsen ist und das ist der service bereich und ich gehe dazu mal ein weiter und übergebe an dich um genau ja sehr interessant der service bereich da gehören tatsächlich produkte oder angebote oder dienstleistungen hinzu wie das itunes geschäft der app store aber auch und den app store wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen weil der app store so ein bisschen ja die möglichkeit für entwickler bietet auf apple apple kunden anzusprechen und apple kunden quasi die apps zu providen das heißt zur verfügung zu stellen wir haben da zwei große märkte wir haben aber den google play store der das der das das pendant ist quasi zum app store und auf der anderen seite haben wir dann den app store und so ein bisschen der vergleich ist ganz interessant denn man sieht dass der app store einmal deutlich deutlich größer ist und einmal in dem kompletten in dem konsumenten aus in den ausgaben die die konsumenten tätigen und auf der anderen seite ist der app store auch weitaus profitabler man sieht dass dahinter das denn wir haben pro nutzer ein und durchschnittliches ein durchschnittliche ausgaben oder durchschnittlichen umsatz pro nutzer von knapp einem dollar pro jedem nutzer auf der anderen seite haben wir bei google beim google play store nur knapp die hälfte oder doch sogar weniger als die hälfte was dann so ein bisschen auch noch mal darauf zurückgreift dass trotz des geringeren marktanteils den apple hat dort doch ja der der wie sagt man es der app store doch beliebter ist und einfach mehr umsetzt einfach profitabler also man kennt das punkt gebracht man kennt das dass die apple kunden die sind die jeder haben möchte weil das halt meistens ein besser verdienendes klientel ist also meistens kunden die bereit sind viel geld auszugeben für produkte von apple und tendenziell halt gut kapitalisiert sind und das sieht man ganz gut an diesen grafiken weil die das noch mal sehr sehr stark verdeutlichen also wir haben eigentlich den markt den wir gerade eben gesehen haben der relativ gleich verteilt ist was die marktkapitalisierung wenn zb der iphones betrifft zu iphone zu samsung handys zu asiatischen herstellern wir sehen aber dass der markt eigentlich sehr 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 stark dominiert ist dieser apple store markt das service markt von apple produkten und das zeigt einfach ganz ganz deutlich dass die nutzer viel viel größere kaufkraft haben und das zeigt sich am ende hier in dieser großen summe das sind von denen von den umsätzen die regelmäßig wiederkehrend sind aber auch von den generellen umsetzen also apple ist drei bis vier mal an vielen stellen so groß wie der google play store obwohl halt die nutzeranzahlen relativ ähnlich wahrscheinlich verteilt sind von apple geräten oder sogar geringer sind im gesamten google kontext und dieses thema subscription und ist des service revenues die sind halt auch sehr sehr spannend weil sie sehr günstig für apple sind also gerade sagt ein iphone kauft man sich jedes jahr neu aber diese wiederkehrenden umsätze die entstehen aus diesen ganzen apps und den app store und 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 die kauft man sich tendenziell doch wieder jeden jahr jedes jahr neu oder jeden monat sogar neu und apple kriegt hat immer einen anteil ab also sobald man was kauft kriegt apple einen größten anteil ab von dem kuchen wir sprechen da nicht über ein paar prozent sondern wir sprechen aber 30 40 50 prozent die an apple gehen in jedem umsatz der entsteht in diesem google in diesem apple store und da muss man schon ganz deutlich sagen dass das eine extrem hohe summe ist die ja fast eins zu eins in den gewinn am ende von apple läuft weil kaum kosten dort gegenstehen ja man hat maximal eine sekunde zurückgehen ich habe noch einen relativ guten punkt was noch ganz interessant ist die monetarisierungs möglichkeiten des app stores man denkt sich natürlich jetzt erstmal okay die entwickler zahlen für jeden app download den 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 man da tätig dem app store aber apple verdient tatsächlich an relativ vielen stellen damit einmal sind es dann tatsächlich die downloads die bezahlt werden da sprechen wir über den share von das sind der 30 40 50 prozent hat dann gibt es noch eine fee die quasi erhoben wird wenn apps überhaupt erstmal platziert werden da ist erstmal egal ob damit irgendein umsatz erzielt wird und dann gibt es noch die werbung die geschaltet wird im app store wo apple natürlich auch wieder mit verdient und dann gibt es die in quasi die die in app käufe wo apple jedes mal auch wieder ein share bekommt das heißt wenn ich etwas kaufe in meiner app in meinem spiel für sagen wir zehn euro gehen davon drei euro jedes mal an apple und das bei jeder einzelnen app in dem app store und wenn man sich das mal überlegt wie viele apps gibt ja teilt über eine millionen apps im app store und teilweise ja auch wirklich welche die milliarden oder millionen mehrfach millionenfach runtergeladen sind ist das wirklich eine summe wir sehen das ja gleich auch noch im service revenue wenn wir da mal ein bisschen genauer aufschauen die wirklich gigantisch ist und dann sieht man auch dass die wichtigkeit halt dieses stores und generell der services immer mehr und mehr zunimmt das sehen wir ganz gut auch an der entwicklung der apple umsätze über die letzten jahre 2007 war der share vom ipod kann man noch sagen relativ groß iphone wieder gab es da ja ganz ganz neu der mac war natürlich noch sehr beliebt auch da war das service sektor schon sehr sehr groß wenn aber die nächsten jahre weitergeht hat eigentlich das iphone immer mehr und mehr raum eingenommen allein schon an den umsätzen man sieht aber dass die diversifikation in den letzten jahren wieder so sehr zugenommen hat hat dieser service sektor mittlerweile 22 prozent der umsätze ausmacht natürlich da kommt noch ein bisschen was aus icloud umsetzen da kommt noch ein bisschen etwas an weiteren services die apple anbietet hinzu man sieht aber ganz ganz deutlich hat dass die diversifikation wieder zugenommen hat und zwar in eine positive richtung zugenommen hat denn diese services sind sehr sehr margen stark was wir gleich noch mal sehen werden diese grafik sonst einfach nur noch mal zeigen von welchen summen wir ja wirklich sprechen also wir machen im jahr in diesem falle 200 milliarden umsätze quasi mit mit den iphones wir machen service umsätze von 85 milliarden vom app store icloud tv uhren kopfhörer 40 milliarden das muss man sich alles immer vorstellen dass für riesen summen das sind die apple mit diesen wenigen produkten umsetzt dann gibt es immer noch das ipad und imax system die beide auch sehr sehr umsatz stark sind man sieht aber doch die halt große abhängigkeit einerseits vom vom iphone und halt von dem service sektor beides zusammen stellt den großteil der umsätze da beides zusammen ist am ende auch ja so ein bisschen der standpunkt dafür dass apple so teuer bewertet ist wie sie es gerade sind wenn wir kurz noch mal regional darauf blicken dass einfach nur noch mal eine andere ansicht dann sieht man an der stelle dass amerika natürlich ein sehr starker markt ist aber auch europa dann ist der asiatische markt ebenfalls sehr sehr groß und auch der rest of asia pacific ist sehr sehr groß ist sehr sehr groß egal wo sie sind japan ist ebenfalls sehr sehr groß wollte ich an der stelle genauso sagen und man sieht halt was hier gar nicht so genau aufgeziffert ist hat diesen globalen bereich über den wir sonst noch gesprochen haben was diesen smartphone markt betrifft das kann man meistens nicht eins zu eins zu münzen weil man meistens kein apple store hat direkt irgendwo in afrika man sieht aber sehr sehr stark dass er die iphones ist man über generation hat auch dorthin wandern samsung geräte dorthin wandern und das sieht man am ende auch in der entwicklung halt der umsätze und ein punkt ist hierbei sehr sehr wichtig und das ist der den wir uns auch heute angucken wollen warum hat sich nämlich die aktien in den letzten jahren so oder letzten monaten kann man sagen nicht so richtig stark entwickelt ja die umsätze sind relativ stagniert und das kommt so ein bisschen auch aus den iphone umsätzen die relativ stagniert sind dann ist zwar sehr profitabel aber auch die profitabilität ist so ein bisschen stagniert 100 milliarden sind natürlich auch eine hausnummer die man erstmal irgendwie steigern muss aber warum ist jetzt apple gerade wieder so spannend ja weil man über dieses thema ki und technologie wirklich für den konsumenten aufbereitet einzusetzen das ist so der große knackpunkt den apple sich gerade widmet und wir kennen das bei den iphones wir kennen das bei vielen anderen bereichen dabei apple nie der vorreiter die haben immer nur die produkte besser gemacht die schon auf dem markt waren und die gleiche idee geht jetzt natürlich auch für diese ki technologie was das genau bedeutet kommen jetzt gleich an vorher mal ein blick auf den snapshot ja ganz genau erst mal sehen wir ein gigantisches unternehmen 3340 milliarden us-dollar groß ja wie wir schon gesagt haben das größte unternehmen der welt wir sehen eine wunderschöne chartentwicklung über die letzten zehn jahre und wie das sind das eben gesagt hat die entwicklung die kursentwicklung des letzten jahres war naja bis vor zwei monaten er noch mal so ein bisschen mau jetzt haben wir die mit der mit der ankündigung und so ein bisschen der dem auftrieb durch die ganze künstliche intelligenz haben jetzt in den letzten monaten doch eine relativ gute kurs performance gesehen wir haben uns das q2 hier rausgeschnappt das letzte quartal umsatz von fast 100 milliarden us-dollar leicht rückläufig wir schauen gleich noch mal kurz rein was da los war trotzdem konnte man die margen steigern was auch ein bisschen vor so ein bisschen mit den service umsetzen zu tun hat wie das denn das angesprochen hat da liegen natürlich deutlich weniger kosten als tatsächlich in hardware gegen eine gigantische profit marge von 26 prozent für ja am ende consumer electronics wie es ja tatsächlich auch sind jetzt die elektronikgeräte genau ja das ist einfach sehr sehr erstaunlich das muss man an der stelle wie gesagt sagen und das liegt daran dass die kunden einfach bereit sind diese summe für apple auszugeben weil sie überzeugt sind von den produkten von dem ökosystem natürlich dann auch vom ökosystem von den produkten es gibt ja immer die frage warum kaufst du dir ein apple produkt wer anders macht es doch viel viel besser es gibt ja ganze kämpfe auf den straßen aber am ende muss man sagen dass sie einfach bereit sind diesen preis zu zahlen und diesen preis halt auch über viele produkte hinweg zu zahlen und dadurch entsteht halt diese gigantisch hohe profit marge für ein solches großes unternehmen was auch in dem produzierenden gewerbe am ende zu teilen tätig ist von 26 prozent und das sind in summe halt ungefähr 100 milliarden an gewinnen die halt jedes jahr gemacht werden das führt dazu dass apple gigantisch viel cash auch anhäuft werden wir uns dann auch noch mal angucken und es führt aber auch dazu dass man natürlich ja man eigentlich so die überlegung geht was ist der größte große markt den wir uns jetzt ansehen können und ich habe gerade eben angesprochen man macht also 20 30 milliarden im jahr mit kopfhörern aber das ist natürlich im vergleich zu knapp 400 milliarden nicht der nächste große markt und ki könnte halt jetzt der nächste große markt sein die frage ist ob das so passiert oder ob das so kommt und warum man das darum das so kommen muss zeigt sich so ein bisschen in den letzten berichten von apple sehen sie die produkt umsätze die sind nämlich nur leicht gewachsen von rückläufig hier genau nicht gewachsen sondern die sind nur leicht zurückgegangen aber der service sektor der ist noch mal ein ganzes stück gewachsen also der entwickelt sich so ein bisschen gegenseitig hin zum produktsektor und dadurch sieht man so ein bisschen ja man ist aktuell doch noch abhängig in dem großen teil von einem zyklus wann sich leute vielleicht ein neues iphone kaufen und warum nicht und man ist natürlich so ein bisschen gefangen darin auch immer wieder verbesserungen zu schaffen warum sollte ich mir ein neues iphone kaufen und nicht bei meinem alten bleiben natürlich kann man sagen irgendwann geht es kaputt dann brauche ich ein neues aber im besten falle möchte man das durch erschaffen dass man sich jedes jahr wieder ein neues gerät kauft dass dagegen wehrt man sich gegen sie ein bisschen in die entwicklung durch diesen service sektor den wir gerade eben angesprochen haben im kern heißt aber trotzdem ja wir brauchen den nächsten neuen großen markt auf den wir setzen können ganz genau kurz noch mal kleiner einschub von mir man sieht hier wirklich ganz schön die cost of sales das heißt aber die umsätze ganz oben und dann die umsatzkosten wir haben den umsatz oder apple hat den umsatz im bereich service um knapp drei milliarden gesteigert im letzten quartal im vergleich zum vorjahr und dazu sind die rückläufigen kosten bei rückläufigen kosten bei rückläufigen kosten und das ist halt etwas was wirklich nur möglich ist in einem service segment anderweitig ist das ja eher so dass man sagt okay wenn mehr hardware produziert wird wenn mehr kopfhörertelefone verkauft werden dann muss auch mehr eingesetzt werden an betriebsmitteln und dementsprechend müssen die kosten dann auch steigen das sieht man auch so wirklich wenn man ein bisschen genauer in die marge ganz generell reinschaut das sieht man hier noch mal wirklich in prozenten aufgeteilt also wir haben eine großmarge auf diesen hardware produkten von immerhin 36 prozent was auch schon nicht verkehrt ist aber halt der service sektor der knapp 75 prozent großmarge hat also grundsätzlich sehr sehr profitabel ist und dann der summe auch dazu führt dass apple am ende so ein sehr profitables unternehmen ist und wenn man auf diese einzelnen hardware bereiche damit drauf schaut sieht man aber halt ganz deutlich die abhängigkeit die wir gerade eben schon gesehen haben von dem iphone markt und man sieht auf der anderen seite dabei dass die großen segmente abseits des max der hat so ein leichtes wachstum verzeichnen können aber dass diese segment hat aktuell alle rückläufig sind also dass wir aktuell sehen dass die bereitschaft wieder geld für elektronik auszugeben eher sinkt das sehen wir im breiten segment werden das glaube ich bei jedem einzelnen großen elektronikunternehmen gesehen oder einzelnen hardware unternehmen absetzt von denen die jetzt gerade ki chips bauen was wir aber sehen halt wie sagt der service sektor der fängt seit gerade auf und hätten dabei auch so eine sehr beachtliche größe erreicht hier noch mal so ein bisschen die aufteilung der märkte und auch die die rückläufigkeit der märkte insbesondere hier so im asiatischen bereich ist nun mal eigentlich so für das gesamtbild so zu sehen und das sieht man am ende auch hier noch mal in der regionalen umsatz und margenentwicklung was aber so ein bisschen halt spannender ist ist wirklich noch mal das zu fokussieren worüber wir gerade gesprochen haben also das thema wie schafft man es jetzt das unternehmen auf ein neues level zu bringen und alle die es nicht getan haben und die sich mit apple beschäftigen denen gerate ich dazu sicherheit die investor konferenz einmal anzuschauen und da ist ja so die große frage oder viele haben ja gehofft jetzt gibt es die absolute große neuerung von apple und die haben jetzt noch mal einen neuen ki ansatz und dann alles was ganz ganz neues das ist nicht passiert muss sagen es gab keine großen erleuchtungen als man sich die konferenz angesehen hat was aber danach als konsens eigentlich entstanden ist es zu sagen ja apple schafft es am ende wirklich das thema künstliche intelligenz in die rosentaschen der menschen zu bekommen die meisten nutzen es nicht im alltag bisher für die meisten zu kompliziert ist es keine erleichterung und man hat mit siri damals schon einen ähnlichen ansatz gefahren das wollte damit wollte man es auch schaffen das thema erleichterung in den alltag der menschen zu bringen und zu platzieren das ganze hat nicht so richtig gut funktioniert wir wissen alle serie ist jetzt nicht so der super alltagshelfer deswegen steht natürlich so ein bisschen in den stern schafft es apple diesmal das ganze wirklich mit dem mit ihrem ki ansatz jetzt zu fahren es geht darum eigene modelle auf eigenen iphones zu trainieren eigene modelle so zu trainieren dass quasi jeder seine persönliche ki am ende auf seinem handy bei sich hat und die ki mehr von mir weiß ich das mit der ki teile und das ganze trotzdem so abgeschirmt ist das es halt nicht ja im permanenten datenaustausch mit dem internet steht so wie es vielleicht jetzt große modelle tun und ja dieses gesamte thema dem widmen sich jetzt apple und deswegen werden wir uns heute nachmittag auch mal diese zulieferer anschauen die am ende gebraucht werden um das möglich zu machen dass man diese chips auf den apple geräten baut denn wir wissen wenn apple einmal den hebel in diese richtung in gang setzt dann hat man sehr sehr viel kapitalkraft mal sehr viel liquidität man hat große umsatz und cashflow ströme um das boot in bewegung zu bringen und wer davon profitieren könnte das wollen wir uns heute nachmittag einmal anschauen im kern ist es natürlich so wenn apple ist wirklich schafft das ganze umzusetzen es ist wieder ein weiterer boost für das geschäftsmodell von apple sie haben wieder dann bewiesen dass sie wissen wie der konsument tickt und wie der konsument funktioniert und was er braucht das haben sie bei allen den sektoren die man hier sieht ja gut geschafft und man sieht ein nichts gesehen so einem großen abfall trotz aller trends die es so im markt gibt wir sehen aber eine stagnation und wir sehen auch ja dass apple am ende diesen boost wieder braucht um auch eine weitere validierung zu rechtfertigen hier haben wir es noch mal so ein bisschen in pro und contra wie immer aufgelüstet wie gesagt heute nachmittag dann noch mal ein bisschen genauer während seine aktienwerkstatt anschauen für alle die gestern dabei waren wenn es uns auch mal in unserem neuen kosmos einmal anschauen und das ganze da ein bisschen vergleichen das alles heute nachmittag in der aktienwerkstatt morgen morgen nächste woche dann wieder market roundup zu allem was diese woche passiert ist wie gesagt zu all den starken bewegungen die wir hatten wir gucken uns alles noch mal genau an das wird sehr spannend ja nächste woche dann dell also wir bleiben so ein bisschen bei dem thema chips und ki und server und werden uns auch mal angucken wie dell davon profitiert denn die sind ja auch jetzt in letzter zeit immer wieder in aller munde gewesen bis dahin erst mal apple heute nachmittag vielen dank tom einen schönen tag und ich freue mich bis dann tschüssi bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.